Weißt du, Animal Crossing ist was zum Foul auf der Couch liegen und spielen. Ringfilt eher weniger. Ach Mist, wir waren ja bei dem Erdabschnitt stehen geblieben, ne? Der war ja so eher uncool und so. Damn it! Gott, erstmal wieder in die Steuerung jetzt reinkommen. Animal Crossing braucht nur 6,2 GB, da muss ich mal gucken, wie viel ich da noch frei habe. Ich muss mal gucken, wie viel ich da noch drauf habe. Ich meine, ich hätte extra eine größere Speicherkarte reingepackt. Aber ich weiß nicht mehr, wie viel ich auf der Switch noch frei habe, weil ich bisher fast alle Spiele mir als digital geholt habe, weil das halt das Coole für die Switch ist, dass du sie dann immer alle dabei hast. Also ich kann die Spiele, die ich in Cartridge-Version habe, an einer Hand abzählen. Na gut, zwei Hände. So, wir müssen irgendwo da rüber. Ich glaube nicht, war ein Geist. Also es wäre tatsächlich, um es mal so doof zu sagen... Oh, was? Äh, sehr Nintendo-typisch, wenn es nicht geht. Jetzt muss ich die ablegen, damit ich das aufnehmen kann, damit ich die wieder aufheben kann. Okay. Guck mal, das ist... Das ist ein bisschen krampfig mit dem Schießen in Darkseiders. Ich habe mir letztens eine 64-Gigabyte-Speicherkarte bestellt. Ich sage, verstehe das Problem nicht. Ich weiß halt nicht mehr, was ich für eine reingesetzt habe. Es kann sein, dass ich auch eine 64- oder so reingesetzt habe. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich muss noch mal nachgucken. So, warte mal. Wo müssen wir eigentlich hin? Sind wir richtig? Nee, irgendwie bin ich nicht so richtig richtig, oder? Wir müssen irgendwo da links hin. Halte durch, die Dungeons danach werden mega. Ich hoffe halt, dass der Erdabschnitt nicht mehr so lange dauert. Ähm, wie kommen wir denn da hin? Über uns irgendwie. Wir sind da. Ja, wir sind nicht ganz falsch. Wir müssen irgendwie über uns. Kommen wir hier irgendwo nach oben? Diese Viechers. Irgendwie müssen wir nach oben kommen. Alles gut, Sonnenhexer. Hm. Da hinten ist noch eine Truhe. Aber das ist nicht der Weg, den wir gehen müssen nach oben. Hätte ich von der anderen Seite hochgemusst. Warte mal, wenn man jetzt hier rum geht. Okay, ich finde das gerade etwas verwirrend, wo ich hier lang muss. Laut Map müsste ich da nach oben und dann rüber. Warte mal, kommt man hier vorne in das Gebäude rein? Nee, kommt man nicht. Das ist ja lustig hier. Das ist ja lustig hier. Das ist komplett die falsche Richtung hier. Das ist mal sowas von die falsche Richtung hier. Da kommen wir doch nicht nach. Oder? Warte mal. Nee. Da hinten geht es nicht weiter nach oben. Alles klar, Rage. Viel Spaß im Lack. Wenn Weg finden, wie der die größte Herausforderung in so einem Spiel ist, ne? Furchtbar. Müssen wir es vielleicht doch von der anderen Seite aus versuchen. Ich höre dich. Ich höre dich. Aber wenn ich hier reinlaufe, zeigt er mir genau da die goldene Markierung an. Eben. Eben. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Das ist ja furchtbar. Ich finde ja die beste Ingame-Karte bisher, die ich kenne, hat Borderlands 3 gemacht. Da erkennt man richtig gut die verschiedenen Ebenen etc. Ähm. Borderlands 3 habe ich ja tatsächlich eigentlich nicht gespielt. Also, ich habe in dieses, ähm, Preview-Gedöns mal reingeguckt. Aber mehr habe ich, ähm, Borderlands 3 tatsächlich nicht gespielt. So, jetzt wären wir hier. Keine Ahnung, ey. Ah, jetzt kommt... Oh, fuck. So einer. So einer. Na, noch jemand? Jetzt lass doch mal den Engel da in Ruhe, meine Güte. Was ist hier denn für Aggressionen? Alles okay? Ach, du bist es. Viel Glück, Reiter. Das letzte Teil ist in deiner Reichweite. Das ist nett. Sagst du mir, wie ich da hinkomme? Bitte. Hallo. Madame. Kannst du, kannst du nicht so auf der Stelle schweben? Kannst du mir sagen, wo ich lang muss, bitte? Verdammt. Ich brauche mehr Zeit. Da geht's, glaube ich, nicht weiter für uns. Aber wir müssen irgendwie darüber nach links kommen. Wir müssen da nach links kommen und von da aus kommen wir dann nach da oben, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir da rüber? Find nur ich die Karte gerade so verwirrend? Oh, guck mal, da liegt noch ein Sammel-Item. Immerhin nicht umsonst hier lang gelaufen. Habt ihr den Weg schon gesehen, oder was? Wo ich lang muss. Ich weiß es halt wirklich nicht gerade. Wadagai, guten Abend hier. Und vielen, vielen Dank für drei Monate. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank dir. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. So, das wäre der untere Platz. Das war hier, wo dieses große Vieh aufgeplappt ist. Da waren wir aber eigentlich schon, ne? Eigentlich würde es mehr Sinn machen, wenn wir jetzt hier die Etage nach unten wechseln könnten. Hier irgendwo. Können wir aber nicht. Sammel. Kann doch nicht so schwer sein, den scheiß Weg zu finden. Da nach unten. Das wäre laut Map da lang. Aber da geht's nicht runter. Ich möchte gerade den God of War haben mit meinem Lieblings-Boy-Kathos. Nice. Und da kam... Ich habe... Ich weiß es doch nicht, Leute. Wo muss ich lang? Weiß einer von euch den Weg? Kennt einer von euch den Weg, wenn man hier auf die Map guckt, wo man langlaufen muss? Es ist... Es ist... Verwirrend. Da! Wo ist da? Da lang. Kann man da durch das Rohr? Äh... Rohr? Du meinst, ne? Da kann man schon mal nicht lang. Da kann man, glaube ich, auch nicht durch. Du musst doch links und rechts schauen, bevor du über die Straße... Entschuldigung. Da, wo ich hinzeige? Achso. Seh durch das Rohr, cover dich durch. Da geht's leider nicht lang. Ich guck mal da unten. Das war aber der letzte Weg, oder? Da hatten wir das letzte Teil gefunden. Asher zeigt es... Ja, bestimmt. Warte mal. Asher fliegt in die andere Richtung. Toll. Und fliegt... Willst du mich verarschen? Du bist ein Kackvogel! Es wird Zeit, dass du etwas findest. Sag mal, fliegt die jetzt hier die ganze Zeit hin und her? Ist die doof? Ist dieser Vogel eigentlich total behämmert? Es wird Zeit, dass du etwas findest. Ja, Isa. Okay. Okay, sie will da unten lang. Vielleicht standen wir gerade genau in der Mitte von zwei möglichen Wegen. Wir gehen erst mal hier durch, wie sie gerade gesagt hat. Würde ich jetzt hin, wenn er einen vernünftigen Job machen würde. Macht er aber nicht. Sieh nach, was du finden kannst. Wo willst du lang? Da lang. Das ist kein Weg, ne? Das weißt du, dass das kein Weg ist. Das ist ein kleiner Abzweigerundweg. Das bringt nichts. Asche ist übrigens eine männliche Krähe, Isa. Ich finde, Asche klingt weiblich. Ich sollte nicht so viel auf den Chat gucken. Mehr Konzentration beim Spielen und so. Ja, das ist eine Sackgasse. Oder? Etagenwechsel. Etagenwechsel, alles klar. Nein, ihr seid gar nichts schuld. Wo möchtest du jetzt lang? Jetzt möchte sie hier durch. Da hatten wir das letzte Teil gefunden. Also das zweite von dreien. Oh, nein. So. Habe ich gemacht, Asche. Und jetzt? Ey, du sollst Asche ein Befehl geben. Es wird Zeit, dass du etwas fehlst. Okay, sie möchte da oben lang. Und... Fliegt wieder zurück. Das ist echt so ein richtiger Trollvogel. Das ist echt so ein richtiger Trollvogel. So, hier hatte sie uns durchgeschickt, oder? Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Liga, danke dir fürs Follow. Mach's dir gemütlich. Wow. Explodier woanders. Danke. Danke. Jetzt geht's hier aber rund. Dann muss der Weg richtig sein. Ja, hier waren wir noch nicht. Glaube ich. Bisschen hier umgucken, ne? Zwecks Sammelgeschichten. Aber obwohl das so verwinkelt ist, sind keine Sammelsachen hier. Okay. So, jetzt lass das hier bitte richtig sein. Ah, sehr gut. Hallo. Wie war das? Einfach draufhalten beim letzten Mal auch, ne? Aber die andere Woche war aber besser. Dieser Noss ist halt, äh, ist halt nicht sehr beeindruckend. Also, der ist riesig, der macht viel Lärm, aber bei dem reicht's halt echt, wenn du einfach Stuh drauf hältst. So, wir müssen gucken, ob hier noch ein Sammel-Item ist. Oh, hier ist noch so ein, äh, Engel. Was? Hä, willst du mich verarschen? Da unten liegt ein Engel, den ich befreien muss und du stirbst, wenn du runterspringst? Ich geh mir mal eben das Gewehr da hinten holen. Ja, das ging viel zu schnell. Ja, die großen, äh, diese, diese Noss-Dinger sind halt echt nicht, echt nicht beeindruckend. So. Müssen wir den wohl aus der Distanz abschießen. Was für ein Ding, Tim? Oh, so. Na, komm schon. Fünf von zehn. Wir haben garantiert die Hälfte übersehen. Garantiert. Oh, oh, hallo. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, das war ein bisschen mehr Action. Ich meinte eher, dass ich da zweimal an dem Noss gestorben bin, Isavas. Echt? Man muss halt eigentlich einfach nur draufhalten. Au. Die Dinger finde ich ein bisschen fieser hier, weil die machen echt Schaden. Kaboom. Oh, ha, ha, ha. Entschuldigung. Das war so geplant. So, Feuerballier. Oh, die kann gar keinen, okay, die kann gar keinen starken Schuss. Oder? Nö, die macht gar keinen starken Schuss. Die hat nur den hier. Egal, der ist auch ganz nice. Aber tatsächlich ist diese hier ein bisschen besser. Da machen die Autos halt nicht so schlimm Bums, aber nun. Oh nein. Oh nein. Großer Feuerbumser. Oh, fuck. Äh, hi. So. Ist das nach Elf? Wo ist die Zeit hin? Tick-Tack. Vergangen. Am Setting muss ich gerade an Fallout 4 denken. Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Och, komm schon. Also ich sag's halt ganz ehrlich, wie es ist, ne? Wenn dieses Spiel, äh, sagen wir mal, zu 40% aus solchen Abschnitten hier bestehen würde, würde ich es nicht spielen. Och, guck mal, ein Nos wieder. Hier ist treff ich den noch gar nicht. Jetzt. Aua. Wow, what the fuck. Berlin-Player, guten Abend. Ach, das mal ohne die OP-Waffe. Warum? Ich bekomme die als Angebot hier hingelegt. Warum soll ich sie nicht nutzen? Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich OP wäre. Ich hab hier einfach eine geile Waffe zu... Also in Anführungszeichen, geile Waffe zu verfügen, weil das Schießen halt nicht so geil ist. In dem Spiel. Oh. 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 Was, Tim? Was? Was für... Was ist denn das für ein Vergleich? Eine anstrengende Woche, Berlin-Player. Aber sonst ganz gut. Ich hoffe, bei dir auch. Also nicht anstrengend, sondern gut. So. Weißt du? Guck mal, da ist das letzte Teil. Also sollte es im Idealfall. Yes. Yes. Der Stab von Arafel. Der Stab von Arafel ist nun wiederhergestellt und verleiht seinem Träger unvergleichliche Macht. Und wir drücken das wieder irgendeinem Engel in die Finger. Das kann ja nur... Das kann ja nur gut enden. Das kann ja nur noch gut enden. Jetzt freut sich der Arkin bestimmt dolle. Ja, hoffentlich. Äh, warte mal. Warte mal. Fäuste von Elhazar. Der linke Handschuh ist Elhazars Blick, denn er ist mit einem Auge verziert, das seinen ersten Sieg in der Arena über einen riesigen Zyklopen darstellt. Der rechte Handschuh ist Elhazars Macht, denn er trägt Drohnen, die mit purer Energie scheinen. Zusammen gewähren die Fäuste von Elhazar ihrem Träger viele Vorzüge. Feinde werden von Hammerheben niedergestreckt, ihre Körper an kritischen Stellen zerfetzt. Warte mal, da müssen wir mal kurz spingsen. Da müssen wir mal kurz spingsen. Ah, macht natürlich nicht so geil viel Schaden. Hm. Viel Schlaf, schön gute Nacht, ihr. Leider nicht so stark, klang geil. Oh, das war's. Wir haben definitiv nicht alle Engel gefunden. Aber egal. Der Stab von Arafel wurde wieder zusammengefügt. Ich bin versucht, dich zu bitten, diese Waffe einzusetzen, um in diesem Krieg das Blatt zu wenden. Ich fürchte jedoch, dass der Zerstörer ihn sich zurückholt und für seine finsteren Zwecke einsetzt. Nein. Ich werde dafür sorgen, dass er verschont wird. Tu, was du willst, Reiter. Aber diese Welt ist verloren. Und das kann nicht ungeschehen gemacht werden. Und was ist mit der Höllenwache, Uriel? Jede Klinge wird letztendlich stumpf. Und darauf zähle ich. Die Dämonen werden umso mehr leiden, wenn wir die Klinge wieder nach Hause zwingen. Äh, wieso werde ich denn jetzt hier ignoriert? Viecher laufen einfach mir vorbei? Okay, dann macht ihr mal. Ich bin mal, ne? Ich muss mal weg. Und so. Ciao. Weg von der Erde. Yes. Sehr gut. Abschnitt geschafft. Hoffe ich mal. Pass auf, was du dir wünschst, Archon. Du könntest es bekommen. Der Stab von Arafel. Ich hab drauf gewartet. So lange. Ich trau dem nicht. Er fühlt sich so mächtig an, wie in meiner Vorstellung. Dann solltest du es schaffen, einen Weg zu deiner Stadt freizumachen. Einen Weg? Nein. Ich werde das ganze Reich freimachen. Ich werde die Schatten wegbrennen. Mit heiligem Licht. Wenn du die Zitadelle erreichen willst, brauchst du Flügel. Hallo, mein Kleiner. Such den ältesten Schreiber auf. Er wandert noch immer durch die Ruinen. Er könnte helfen. Deine Aufgabe zu beenden. Oh nein. Nein. Bitte keine Schusspassage in der Luft. Das hatten wir in Teil 1 am Anfang schon. Das war da schon nicht cool. Äh. Äh. Muss ich denn lang? Kann ich überhaupt steuern gerade? Ich kann gerade überhaupt nichts machen. fliegst du von selbst? Ich glaube, er fliegt gerade selber. Ich kann die Kamera drehen, aber that's it. Genieß den Flug, Isa. Wie in WoW einfach zu gucken, wie es geflogt. Äh, wie, wie es geflogt. Neu. Petri gefliegt. Genau so ungefähr. Oh, Gott sei Dank war es keine Schusspassage. Das hätten wir jetzt noch gefehlt. Vergiss nicht, ihm Leckerli zu geben fürs Hinfliegen. Ja, er ist schon wieder weg. Der fand uns, glaube ich, nicht so cool. Der hat uns abgesetzt und ist direkt wieder umgedreht. Ich flog, du flogtest, er, sie, es flogt. Genau. Oh. Hier sieht's ja nicht schön aus. War das jetzt schon so, oder war das gerade vom Licht vom Arken? Obwohl da... Fliegen, fliegen. Also, wahrscheinlich. War das schon so? Oh. Ha. Dorado, hi. Darf ich da rein? Das sieht so giftig aus. Also, kein Witz. Es sieht echt tentakellig giftig aus. Es ist tentakellig giftig. Hm. Ne, okay. Da sterben wir direkt. Da kommt man nicht dran. Da muss es irgendwie eine andere Option geben. Aber wie? But how? Ach so, indem wir klettern. Was sind das für Dinge? Was auch immer es ist, es reinigt das Wasser und spielt das Wasser. Zerstört die Tentakelligen Giftdinger. Magst du... Magst du nochmal gucken, ob die Tentakell giftig sind? Es geht nicht mehr. Die sind jetzt weg. Wir haben das Wasser gereinigt. Kommt der Klingel-Sound von denen? Wahrscheinlich, ne? Wenn man nicht genau zuhört, klingt das, als ob 10 Streifenwagen mit der Grund vorbei rast. Die Satz kaputt gemacht. Ja, es waren ja auch giftige Tentakel-Dings. Was seid ihr denn? Äh, was bist denn du? Ew. Irgendein krummisches Schwibbelgeist-Ding. Geister mit Geld. Das sind immer noch die besten Geister. Okay, die Stadt hier ist cool gemacht. Das sieht schon ganz geil aus jetzt wieder. Das tröstet ein bisschen über den blöden Part mit der Erde hinweg. Okay, bist du... Ich sehe keine Tentakel, aber das sieht... Ja, okay, da sind die Tentakel. Okay, okay, okay. Giftiges Tentakelwasser. Nervt mich nicht. Wegen dir habe ich jetzt die Statue kaputt gemacht. Warte. Warte. Ich habe da doch was jetzt angehört. Oder? Nee. Anscheinend nicht. Nochmal. Nein, ich gehe jetzt nicht dauernd in die Tentakel rein. Ich glaube, ich habe ausreichend bewiesen, dass sie giftig sind. Und wirklich wehtun. Wer war das? Da oben ist erst mal irgendwo eine Truhe. Hinterm Bäumchen. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, aber ich laufe einfach mal durch. Warte. Nein! Du sollst da rüber gehen. Nein! Du sollst da rüber gehen. Ich schaffe doch den Sprung hier garantiert nicht. Nein. Aber da drüben ist eine Kiste. Ich möchte die Kiste haben. Das ist doch gemein hier. Das ist doch voll gemein, ey. Mimi. Ja, ich weiß. Und sehen wir gut. Da geht es wieder nach draußen. Und sehen wir gut. Wir hatten aber doch noch gar nichts Um diese blauen Dinger zu aktivieren Was sollen wir denn hier machen Wieso seid ihr böse Aber das heilige Licht war doch in der Stadt Müsstet ihr nicht nett sein Hat anscheinend nicht alle erwischt Die es hätte erwischen sollen Oh, warte Schön noch ein Siegel mitgenommen Aber mit den Dingern können wir ja noch gar nichts anfangen Da, ne? Das hilft uns ja noch gar nicht Wandlaufgeschichte Wohin? Darüber, aber hier ist auch noch irgendwo eine Kiste Da Verlieskarte Wir hatten während des Lichts Sonnenbrillen auf Die Säcke Oh 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 Oh, komm her Wieder schön die Siegel für Wolken sammeln Oh 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 Müssen wir hier irgendwie das Wasser zum Fließen bringen Oder sowas Komm ich nicht hoch Und dann komm ich auch nicht rüber Ja, super Ja, super Dann nochmal zurück Oh 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 Das war knapp Okay So können wir noch lang Wer kommt? Ja, ja, würde ich gerne Aber irgendwie fluckt das nicht so Ey, sag mal Kommt ihr mal hier rüber Nein Ja So in der Art Also nicht so ganz Aber fast Wo bin ich denn jetzt gelandet? Äh Ähm Ich bin irgendwie eine Etage tiefer jetzt gelandet Warte, jetzt muss ich nochmal den Flur hier langlaufen oder was? Es hat mich wieder an den Anfang gesetzt Ein Ernstspiel? Mach das doch ein extra Schlafschirm Wir machen heute auch nicht ewig lange Wie gemein ist denn das bitte? Du wirst einfach wieder komplett am Anfang zurück verbrachtet Oh Vorsicht Also wir müssen hier unfassbar viel anscheinend mit diesen blauen Portalen machen Das Problem an der Sache ist nur Wir können mit den blauen Portalen noch gar nichts machen Wir haben noch gar nicht Was auch immer man dafür braucht An Skill, Item, whatever Das haben wir noch gar nicht Ja, ein bisschen machen wir noch Aber nicht so ewig heute Hm 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 Ist morgen noch die Bude fertig machen? Wofür musst du die Bude fertig machen? Hm So, mal kurz überlegen Wo können wir hier theoretisch noch hin? Da drüben ist irgendein Hebel Da unten kommen wir her Da haben wir ein blaues Portal wieder Da kommen wir aber auch wieder nicht weiter Was machen wir denn hier ohne Ohne die Funktion blaue Portale in irgendeiner Form Manipulieren zu können Öffnen zu können Was auch immer man damit machen muss Hm Zum einen generell wieder putzen Und dann noch Sonntagfrühstück Vorm Zug Achso, verstehe Verstehe Sieh nach, was du finden kannst Wo schickst du uns hin? Achso, schickt uns wieder nirgendwo hin Die kreist über uns Toll Toll Da können wir auch nicht rein Tja Also das einzige, was wir hier haben, ist hier dieses Teil Aber das macht ja erstmal noch nichts Wir haben auch nichts, was wir dauerhaft draufstellen könnten Dass das offen bleibt, dass wir da durchlaufen können, oder? Ist hier irgendwas, was man schieben, ziehen, drücken kann? Nö Nö Weiß einer im Chat, was man hier machen muss an dieser Stelle? Du hast was zum... Ich habe was zum draufstellen Ich habe was zum draufstellen Ach, natürlich Von Michael, hi, guten Abend Ah, wie ich das wieder verplant habe, dass wir das machen konnten Natürlich Guck mal, hast du eine Woche nicht gespielt, weißt schon nicht mehr, wie das Spiel funktioniert Richtig from für wo und wo oh wo 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 Was soll ich hier tun? Weiß man nicht so genau. Erklärt sich vielleicht noch. Oh, oh. Ja, aber es wird langsam kritisch vom Abstand her. Ihr müsst schon zu mir kommen. Sonst habe ich ein Problem. So, da ist ein Explosions-Dingsi. Da kann ich nichts machen. Aber ich komme, glaube ich, nicht... Warte mal. Komme ich da dran? Oh, das ist so knapp. Oh, das ist so knapp. Dammit! So weit komme ich nicht dran. Okay, warte. Wir gucken nochmal, was wir noch machen können. Also wir haben das, wir haben das. Sag hi, guten Abend. Ah, warte mal, hier haben wir das. Dann können wir jetzt ihn hier nehmen. Und warte mal, was hat sich dadurch geändert, dass wir uns da oben draufgestellt haben? Ist hier was Neues? Wir gucken mal kurz. Dadurch ist das hier aufgegangen. Okay, das hier ist aufgegangen. Oh, warte. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber wir können uns nicht selber ziehen, ne? Warte mal. Wir müssen das anders machen. Wir müssen uns hier hinstellen. Dann teilen. Dann einen hier hinstellen. Dann mit ihm hier rüber. Hier hoch. Da drauf. Und damit fallen wir quasi selber runter. Und jetzt wieder zusammen. Und wir können das Ganze hier durchqueren. Et voilà. Luca, Luca. So, kommen wir da jetzt dran? Ja. Ja, guck mal. Kommen wir. Und du musst da oben hin. Hopp. Jetzt können wir auch gucken, was da oben los ist. Ein Schalter. Das hat jetzt was getan. Das Gitter hier geöffnet. Oh. Goldbringer. Von einem unbekannten, aber wahrlich pragmatischen Geist. Er sonnen. Raubt der Goldbringer all jenen, die er trifft. Nicht nur das Leben, sondern auch noch ihre Münzen. Auf der Klinge ist eine bekannte Weisheit eingraviert. Dem Sieger gebührt die Beute. Wahrscheinlich Goldfundbonus wie Pulle. Oh, warte. Das müssen wir auch noch freispringen. Oh, warte. Wieder blaue Portale. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Es gibt ein neues Item für uns. Leere Läufer Ermöglicht es Tod, zwei Portale auf besonderen Oberflächen zu erzeugen, die er sofort durchschreiten kann. Da ist es endlich. Da ist es endlich. Muss ich das zweite auch... ja, muss ich auch. Wir spielen wieder Portal. Ja. Pum. Nice. Was? Achso, LT. So, deaktivieren wir es. I see. Hieß die Errungenschaft eben, kann ich Kuchen? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ehrlich gesagt. Äh, hi. Ich glaub nicht. Jetzt mal so rein theoretisch kann ich das auch so... Oh, guckt euch mal an, über was für eine Distanz ich das machen kann. Das ist ja nice. Äh. Das ist aber eher schlecht jetzt. Fuck, ich hätte da das Ding hindurchschmeißen müssen. Ja. Müssen wir nochmal kurz zurück. Oh nein, dann müssen wir das Rätsel wieder rückwärts machen. Oh, fuck it. Oder Fallen. Das geht auch. Fallen ist auch mal eine tolle Option. So, weil's so lustig war. Oder ist das da drüben jetzt doch noch offen? Ach nee, ist nur offen. Okay, sehr cool. Müssen wir uns gar nicht die Arbeit machen. Oder? Nee, da geht's dann. So, dann... Achso, ist noch offen. Okay, sehr gut. Ist noch offen. Dann... Testen wir das jetzt mal. Hab das so flub, wie ich mir das vorstelle. Todes... Äh... Was ist... Was hat da passiert? Oh, was bist du denn du für eine große schöne Tue? Todesengel-Sensen. Der feurige Rat verlangte einst, dass die besten Schmiede des Himmels eine Rüstung für die vier Reiter schmieden sollten. Als Tribut für die Rolle der Reiter bei der Bewahrung des Gleichgewichts. Die Todesengel-Doppelsenze wurde mit der Kraft des Lichts geschmiedet und heilt ihren Träger mit jedem Schlag, den er gegen seine Feinde führt. Ist aber bestimmt nicht so gut wie unsere Sensen, oder? Natürlich ist sie das nicht. Natürlich ist sie das nicht. Wir finden fast keine Sachen mehr, die besser sind als unsere. Damn it! Es ist langsam ein bisschen frustrierend. Nun gut. Ähm... Wo müssen wir hin? Das ist jetzt die große Frage. Asche fliegt wieder sehr nützliche Kreise, damit man auch ja weiß, wo man lang muss. Achso, nee, ich muss ja erst... Äh, warte mal. Oh, jetzt wird's echt... Mit so vielen Skills wird das immer verwirrender. Von der Steuerung her. So. So. Da haben wir noch... Wieso ist das denn offen? Wieso ist dieses Portal denn offen? Das haben wir doch gar nicht angewählt. Aber das ist das, ne? Ja. Gucken wir mal. Oh, ich muss nicht mehr trinken. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Da ist ein Hebel. Seki, guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Raid. Guten Abend zusammen. Alles gut bei dir. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Was habt ihr gemacht? Dankeschön. War leider die Woche krank. Oh, no. Aber es geht im Moment echt gut rum, ne? Mit krank sein und so. Was? Warte, was? Es hat hinter uns wieder zugemacht. Na toll. Wir dümpeln hier gerade ein bisschen so durch Dark Salas 2. Wir sind, ähm... Ich glaube ich, ähm... Relativ Richtung Ende unterwegs. Jetzt geht's wieder. Okay. Sehr gut. Was habt ihr denn heute Abend schönes gemacht? Warte mal, kann ich jetzt? Pum. Ja, nee. Ja, nee, das ist nicht so effektiv. Warte mal. Wie komm ich hier wieder raus? Jetzt ist er wieder offen. Hey. Runde KF-Tippa ist erstens für die Syndicate gerade, Cosmos, und er noch nicht starten wollte. Was? Nein, was? Das will ich nicht starten? Oh Gott, ich hab mir das eben auch geklemmt. Ich hab mich... Ich freu mich wie Bolle, dass das da ist, dass man's jetzt auf PC... Also, dass ich jetzt jetzt auch auf PC spielen kann, das funktioniert doch nicht. Also, irgendwann irgendwie... Nee. Oh, Berlin Player, schlaf schön, gute Nacht dir. Ja, ich hoffe. Ich werd's noch im Streamer runterladen, dann guck ich mal, ob das startet. Das wär aber super schade, wenn das nicht laufen würde, weil ich hab mich echt drauf gefreut, das dann nochmal reinzuschauen und so, weil ich das sehr gerne mochte. Ähm, ja, ich hab mich jetzt... Ich hab mich jetzt hier irgendwie in eine recht ausweglose Situation laviert. Wie komm ich denn hier wieder raus? Warte mal. Also, wenn ich da hinten ein Portal caste, dann geht das Ding da oben auf? Sehe ich das richtig? Nee. Nur wenn ich beide Portale geöffnet habe, dann funktioniert es. Wie ist denn der Trick, dass ich mit Schwung da durchkomme? Ach, das Decki, gut nun mal. Wie komm ich denn hier mit Schwung durch? Ein Kapp doch, ja. Nix mit Schwung, außer das hier, aber das war's ja gerade nicht. Hä? Schwungtipp? Ja, gerne. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier sonst durchkommen soll. Aufladen. Lesen, ich sag... Nee, nee, hier ist ja nur, wie ich's deaktiviere. Warte mal, aufladen. Ach, das ist die Geschichte wie in... Ach so. Ach, das ist wie im ersten Teil. Ach, das ist wie im ersten Teil. Warte. Also so. Ah. Okay. Ja, ich hab wieder nicht beim Tutorial aufgepasst. Stand da die ganze... Ja, okay. Okay. Möglich. Also... Puh. Ja, gucke mal. Das sieht besser aus. Das sieht etwas besser aus. Hä, 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 hä. Wer ist sie denn? Oh, die tut weh. Die ist aber cool designt. Ich wollte sie mir eigentlich ein bisschen angucken, aber... Oh, aua, aua. Nein, du schubst mich da nicht runter. Oh, da ist noch... Oh, Gott, wie viele sind denn das? Ist hier ein Nest, oder was? Oh, du schubst mich da nicht nur noch... Oh, du schubst mich p 온. See? So. Aber die waren cool designt. Das macht am meisten Sinn hier, oder? Wir könnten auch da rüber. Da müssen wir aber noch irgendwas in die Luft jagen. Ich räume erstmal da drüben bei den Engeln auf. Hallo. So, gibt's hier noch irgendwas für mich? Nö. Wie? Nee? Doch, da drüben. Da sind nochmal Engel, aber da ist auch keine Explosionsblume. Wo ist denn die Explosionsblume, die wir hier drüben brauchen? Da oben, ne? Da oben steigt dieser komische Dampf auf. Aber wie kommen wir da hin? Müssen wir gleich mal gucken. Ich lauf jetzt erstmal kurz hier rüber. Hallo. 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 So, das hilft uns noch nicht weiter. Die Dinge alleine können wir irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich bin... Die zwei müssen irgendwie eine Verbindung herstellen, ne? Damit es irgendwas tut. Die Frage ist, wie das passiert. Eben mussten wir ja einen Hebel umlegen. Äh. Äh. Achso. Du kannst sagen, was biebt denn hier so? Todesengel-Stiefel. Der feurige Rat verlangte einst, dass die besten Schmiede des Himmels eine Rüstung für die vier Reiter schmieden sollten, als Tribut für die Rolle der Reiter bei der Bewahrung des Gleichgewichts. Die Todesengel-Stiefel schützen den Träger, indem sie seine Fähigkeit, Gesundheit und Zornenergie zu regenerieren stärken. Todesengel-Rüstung. Der Todesengel-Brustpanzer schützt den Träger, indem er seine Fähigkeit... Okay, da ist das gleiche. Schulterstück. Todesengel-Handschuhe. Wir haben eine komplett neue Rüstung bekommen. Gucken wir mal, was die kann, was? Ui. Macht leider keinen Crit-Schaden. Die macht halt leider keinen Crit-Schaden. Wir müssen auf unseren Crit-Schaden verzichten, aber die ist halt sonst... Richtig gut bei den Werten. Also, ich meine so, richtig gut. Aber wir müssten komplett auf unseren Crit verzichten. Das wäre schon ein bisschen schade. Oder wir ziehen den Magus-Talisman an. Der macht 29% Crit-Schaden. Warte mal, wie ging das hier? Ne, so nicht. Da. Wir haben jetzt 192 Crit-Schaden. Dann wäre das auf 115... Warte mal. Wir müssen uns das mal kurz merken. Merkt euch mal, wir haben jetzt 192% Crit-Schaden. Jetzt haben wir 139. Wenn wir dafür jetzt zu diesem Amulett wechseln, dann haben wir die Chance runter. Von 33 auf 21. Aber den Crit-Schaden immerhin wieder gepusht. Auf 168 und 129. Die Chance geht halt echt ordentlich runter dadurch, ne? Wir probieren's aber mal. Ja, geil sieht die auf jeden Fall aus, das ja. Geil sieht die auf jeden Fall aus. Und die macht halt ein Mega-Live-Leach. Was halt auch sehr, sehr geil ist. Das kann halt bei Kämpfen sowieso nicht schaden. Aber... Ne? Komm ich von hier aus da dran? Yes. Das heißt, ich könnte von hier aus darüber switchen. Das mach ich mal gerade. Ich mach's mal kurz hier um. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Aber ich guck mal, ob man von da oben an diese Blüte rankommt. Ah, ne. So rum kann man nicht laufen. Okay, ja gut. Dann hat sich das schon mal erübrigt vom Gedankengang her. Hochklettern können wir, glaube ich, auch nicht. Wenn ich das richtig gesehen hab. Nope. Irgendwie müssen wir die Sachen hier halt gesprengt kriegen. Irgendwie müssen wir die Sachen hier gesprengt kriegen. Hier ist auch keine Explosionsblume. Bringt mir das was, wenn ich das hier öffne? Nicht wirklich, ne? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Garden Idea. Oh, komm ich da jetzt dran? Ah, jetzt komm ich da nicht mehr dran. Verdammt, sagst du. Warte mal, das müssen wir anders machen. Wenn wir jetzt... ...eins da hinsetzen. Und eins da hinsetzen. Können die zwei sich dann verbinden? Ja. Und dann? Öffnet sich dieses hier. Das ist schon mal sehr schön. Aber das da hinten hab ich nicht freigesprengt. Der Weg ist frei. Aber wir haben keine Explosionsblume. Now we're thinking with Pottles. Ja. Wie im ersten Teil wieder. Wie im ersten Teil. Aber wir kommen nicht nach da oben. Es fuchst mich ein bisschen. Ich möchte gern nach da oben. Aber ich weiß nicht wie. Vielleicht kommen wir doch erst später hin. Es macht halt keinen Sinn, dass das Ding auf der anderen Seite ist, ne? Genau da, wo wir nicht rankommen. Ansonsten haben wir hier keine Blüte griffbereit, außer die da oben. Wir gehen erst mal darüber in den Turm. Gucken mal, was da Sache ist. Aber diesmal gar nicht so schön orange-blaue Portale. Ja. Das ist richtig. Aber so knallebunt würde auch irgendwie nicht zu Tod passen, oder? Oh, das sind aber viele hier. Oh, sieh. Warte mal. Ne, das sind die Schadensschwerte. Hält man die Life-Leach-Werte eingeblendet? Ne, ne? Oh, könnt ihr auch mal stillstehen? Bitte. Oh, sind die nervig. Oh, sind die nervig. Warte, die Pistole macht keinen Schaden? Doch, ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt aber doof. Aber zu Krieg, oder was? Naja, Krieg ist ja auch in der roten Rüstung umgelaufen. Der war so ein bisschen farbenfroher. Der war halt blutrünstig. Da geht auch schon mal blau-rot klar. Aber Tod ist halt eher so... Eher so... Oh, warte. Eher so badass. Bug? Das gerade mit dem... Mit dem... Schwebenden Geister. Hallo, Ladies. Ich hab jetzt sowas von Life-Leach. Ihr könnt mir gar nix mehr. Ja, guckt euch mal an, wie der Balken wandert, wenn man einfach nur angreift. Okay, das war böse. Was? Das ist eine sehr unschöne Art, die Frauen hier zu töten. Tod übrigens, ne? So, by the way. Okay. Also, ja, die Rüstung sieht geil aus, aber wir kloppen definitiv weniger Schaden raus als vorher. Nicht sicher, ob mir das gefällt. Die haben zuerst angegriffen. Ja, aber hast du gesehen, wie der auf die drauf springt? Und sich festklammert? Und sie von hinten erwürgt? Gibt es denn schöne Arten? Ne, so war das jetzt nicht gemeint. So war das jetzt nicht gemeint. Wer ist der Tod? Ja. Okay. Sehr rollfrei. Hätte ich da jetzt noch ein Portal hinsetzen müssen? Oh, der ist. Hm. Was können wir hier definitiv tun? Aber... Why? What? Da sind zwei Portal-Dingsis. Noch nicht sicher, wofür wir die beiden brauchen. Er muss effektiv sein. Ist das nicht das gleiche von eben? Da kommen wir wieder nach oben, ne? Ja, da kommen wir wieder nach oben zu der Stelle. Okay. Ich versuch's, Seroth. Ich versuch's. Meistens gelingt es mir nicht immer. Ab und zu... Ab und zu passiert mir ein Fauxpas. Und, äh, ich begrüße manche Leute zweimal. Es kommt aber selten vor. Oh, hi Tim. Was machst du hier? Was bringen uns die beiden Portale im Turm? Da drüben... Okay, komm. Da drüben können wir auf jeden Fall noch klettern. Aber was bringen uns die beiden Portale da drin? Mich hast du heute zweimal in der Hallo-Runde genannt. Ja, in der Hallo-Runde kann mir das schon mal eher passieren, tatsächlich. In der Hallo-Runde sage ich halt so vielen gleichzeitig Hallo. Da kann mir das schon mal passieren, dass ich dann zweimal einer Person Hallo sage. Aber so über den Stream verteilt, glaube ich, gelingt es mir meistens ganz okay, mir zu merken, wer schon da war und wer noch nicht. Kommst du drauf? Ja, ja, ich denke schon, aber ich muss erst mal überlegen. Ich muss erst mal kurz überlegen. Wir können natürlich theoretisch... Aber was bringt uns das? Wir können ja theoretisch jetzt vorher Portale da unten platzieren. Ne? Dass unsere Skulptur... ...da quasi durchfällt. Aber was bringt uns das? Vielleicht machen wir dann die Gitter da drüben kaputt. Ich probiere das mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ich probiere es mal. Äh... Äh... Aufladen. Aufladen. So. Wieder nach oben. Portal auf Portalsteine. Klingt gut, ja, ne? Aber wer da ist? Seitdem ist das crazy shit. So, dann das. Dann das. Und mit Schwung. Das war's tatsächlich. Nice. Das war's tatsächlich. Hallo. Mh... Böses Tentakelwasser. Böses Tentakelwasser. Sehen wir von hier ein eins der anderen Portale? Das da unten könnten wir eventuell erreichen, ne? Nein, 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 dadurch... Wo? Oh. 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 Hallo, klares, sprudelndes Wasser. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Kann ich jetzt das komplette Wasser hier langlaufen? Und komme dann da unten zur Explosionsblüte? Und kann dann da alles freispringen? Oh, kaltes, klares Wasser. Oh, ja. Mir ist übrigens heute aufgefallen, ich brauche irgendwie einen Trick, Tipp, irgendwas für den Alltag, wie man daran denkt, genug zu trinken. Ist mir heute mal wieder aufgefallen. Ich trinke im Moment viel zu wenig im Alltag. Und ich brauche da irgendwie einen Trick, dass ich da öfter dran denke. Glasprovokant hinstellen. Wie ist das, ich freut, was sprengen zu dürfen? Lass mich! Trinke auch zu wenig. Apple Watch Drink. Was? Es gibt für die Apple Watch einen Drink Timer? Jedes Mal, wenn du auf die Uhr schaust, trinkst du fünf Schluck Erde. Dann trinke ich zu viel. Ich trinke drei Stunden. Apple Watch Drink Timer. Das ist dann wahrscheinlich sowas wie dieses, ähm, die Apple Watch erinnert einen ja auch einmal die Stunde dran, aufzustehen, ein paar Meter zu laufen. Sowas in die Richtung. Das ist eine gute Idee. Das sollte ich mal gucken. Ich trinke Wasser mit Geschmack, hat mir geholfen. Bei mir ist es gar nicht, dass ich nicht gerne Wasser trinke. Ich trinke tatsächlich sehr gerne Wasser. Aber wenn ich so im Alltagsbrass bin, dann denke ich da halt einfach oft nicht dran. Dann ist das so, dann komme ich halt abends nach Hause und dann fällt mir auf so, ja, du hast heute über den ganzen Tag verteilt ein Glas Wasser getrunken. Das ist halt viel zu wenig. Das ist halt viel, viel zu wenig dann. Also eigentlich soll man ja drei Liter am Tag trinken. Ja toll, da hat sich nichts drunter versteckt. Das war halt einfach nur ein Weg. Sein Geburtstag, Anja, Salove, Salove, Salove. Füllt euch die, guten Abend und vielen, vielen Dank dir für ein ganzes Jahr. Danke für die lange Unterstützung. Vielen, vielen Dank dir. Geht mir auch so, vergesst es ständig. Zwei Liter reichen. Ich wäre froh, wenn ich auf zwei Liter kommen würde. So. Ich wäre froh, wenn ich auf zwei Liter kommen würde. Ich wäre froh im Moment, wenn ich auf anderthalb Liter kommen würde oder so. Deswegen. Ähm. So, wir haben dieses Portal. Und wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn, wo ist denn unser, unsere Zieldestination? Asche weiß es halt auch wieder nicht. Asche flattert halt auch wieder irgendwo rum. Wenn man sagt, such den Weg. Unsere Final Destination, genau. Obwohl, warte mal, konnten wir hier drin nicht irgendwas noch mit Portalen machen? Warte mal. Skuke. Sag mal, ich habe mir eben überlegt, wir machen bis zwölf. Jetzt haben wir schon zehn nach zwölf. Wo ist denn die Zeit schon wieder hin? Das ist doch nicht normal, oder? Das ist doch manchmal nicht normal. So war nicht? Nee. Doch. Nee. Was? Warte mal. Waren wir da drüben schon drin? Ja, ne? Ja, da haben wir doch das Item her. Weil du so viel Spaß mit uns hast. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ihr habt mir auch tatsächlich heute echt, ähm... Echt ein bisschen den Tag gerettet, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr und der Stream heute Abend. mir geht's jetzt besser als vorher. Zeit vergeht immer im Flug, wenn man Spaß hat. Darum schleicht's ja immer auf Arbeit, Isa. Ach so. Oh. Das macht Sinn. So, wo müssen wir weiter? Zeig mir den Weg. Asher nutzt uns hier wieder. Irgendwas ist in diesem Flur. Irgendwas müssen wir hier machen. Ist sie etwa ein Ninja? Ja, auf der Arbeit schon. Auf Arbeit schon. So, aber ich kann ja... Ich kann ja nicht so weit springen, ne? Und ich hab hier keine Portale. Also werd ich wahrscheinlich niemals an diese Kiste dort drüben kommen. Gamer hat einen wundervollen. Vielen, vielen Dank für den Raid. Guten Abend, ihr Lieben. Fritz Fischer, guten Abend. Und Gorsa, guten Abend. Und Liga, hello. Kaltanzen, guten Abend. Ilnora, hallo. Freaky Driver, guten Abend. Nimbifar, guten Abend. Meine Güte. Alarm. Und Elder Benji, guten Abend. Hallo Sedas. Einen wundervollen, ihr Lieben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das habt ihr Schönes gemacht. Und ich hoffe, dir geht's gut. Wir dümpeln mal wieder durch Darksiders 2 und suchen verwirrende Wege und so. Dass du Tutorials vergisst, kennen wir ja schon, Isa. Aber das allererste sogar auch. Was? Was für ein allererstes Tutorial hab ich denn schon wieder vergessen? Und Freaky Driver und Jans, vielen Dank euch für die Follows. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So langsam hab ich die Schnauze voll von South Park. Was ist da los? Was ist da los? Wandlauf? Wo ist denn hier? Hier kann ich doch keinen Wandlauf machen. Und da wären doch sonst diese Wischspuren an der Seite. Oh, lol. Ich habe nichts gesagt. Sedas, danke dir fürs Follows. Ich habe nichts gesagt. Ja, ich bin heute voll auf der Höhe und so. Warte, da brauchen wir die Pistole für uns. Spiel zieht sich unnötig in die Länge. Okay. Ich habe South Park tatsächlich noch gar nicht gespielt. Bisher. Ich hatte mir das erste jetzt irgendwann vor ein, zwei Monaten im Sale für die Switch mal Gold, weil ich das eigentlich so für die Switch dachte, das wäre vielleicht ganz cool. So on the go oder mal abends im Bett oder so. Ähm, da eine Runde zu zocken. Weil ich da bisher auch sehr viel Gutes von gehört hab. Spiele ziehen sich gerne unnötig in die Länge. Ja, es kommt aufs Spiel an. Es gibt Spiele, die tun dies. Das ist korrekt. Ähm. Ich überlege gerade. Müssen wir? Kann es sein, dass wir zurück in den einen Raum müssen? Konnten wir da nicht auch irgendwas mit Portalen machen? Hi, da ist der Chris. Guten Abend hier. Äh, ich weiß es gar nicht. Warte mal. Kann ich das? Nee, ich kann jetzt hier nicht auf Laden gehen, ne? Oh, wir hatten, glaube ich, vor heute Abend waren wir, glaube ich, bei 25 Stunden. Roundabout. Irgendwie so. Mach halt Shift-Up. Äh, wo steht denn das? Was steht da nicht? Links oben, was? Warte. Oh, wow. Da oben. Irgendwo. Warte mal. Äh. 31 Stunden. 31 Stunden. Also doch ein bisschen mehr. Gott sei schlaf schön, gute Nacht dir. Und hier erfuhr dir auch nur gute Nacht. Holy shit. Wie lange bist du auf Steam? Wieso, wie, was? Du meinst so jahresmäßig? I don't know. Lange, aber dieses Overlay nutze ich halt fast gar nicht. Hatten wir hier nicht irgendwo vorne noch einen Raum, wo wir Portale nutzen konnten? Oh, da vertue ich mich da. Ich glaube, ich vertue mich da. Ich glaube, ich vertue mich da. Aber sicher ist sicher. Kurz, kurz mal spingsen. Hier nicht noch. Oh, warte mal. Was ist das denn? Den war ich aber auch mit. Und wenn wir den schon mal hier entdecken. Aber South Park jetzt bei 24. Ähm, naja, ich sag mal, ich hab da... Nee, hier geht's definitiv nicht lang. Ich hab da kein Problem mit, wenn die Spiele so ein bisschen länger dauern. Ich meine, ich hab ja auch in manch anderes Spiel wesentlich mehr Zeit reingesteckt. Ähm, weiß nicht, ähm, wie hier Horizon Zero Dawn zum Beispiel mit 60, 65 Stunden roundabout. Witcher mit 200 Stunden. Ähm, das geht alles gut, wenn das Spiel sich halt nicht blöd in die Länge zieht an irgendwelchen Stellen, ne? Also Dark Star, das trägt sich auch ganz gut, finde ich. Ähm, außer es gab eine Etappe, äh, jetzt, die wir jetzt vorbei haben. Zum Glück, die hat sich leider gezogen. Die hat sich leider wirklich gezogen. Das war ein bisschen blöd. Und Floscho. Guten Abend dir. Und danke schön. Vielen, vielen Dank dir für fünf. Vergebt uns das selbst. Und willkommen und willkommen zurück an alle Erwischten. Floscho, vielen, vielen Dank dir. Ich hoffe, dir geht's gut. 208 Stunden in Divinity Original Sin 2. Ja, aber ich glaube, in dem Spiel kann man das auch relativ easy füllen, ne? Ich denke mal, warte mal. Wenn man das ganze Fanboy-Sein mitrechnet, habe ich in Dark Star ist inzwischen schon neun Jahre gesteckt. Oh, krass. Oh, krass. Spiel darf auch nicht zu langweilig oder zu eintönig werden. Wurde jedenfalls nie langweilig, das ist die Hauptsache. 2000 Stunden in Diablo 3? Ich glaube, auf 2000 komme ich bei Diablo 3 nicht. Aber 1500 werden es auf jeden Fall sein. Also ich habe allein, glaube ich, die, äh... Mein Main habe ich, glaube ich, locker 700 Stunden gespielt. Gerade aus Hamburg zurück, jetzt zwei Tage daheim, dann fünf Tage Tel Aviv. Tel Aviv. Oh, hallo, der Herr. Fünf Tage Tel Aviv. So, so. Und Sub-Zero, danke dir für den Wechsel auf Stufe 1. Danke schön. Vielen, vielen Dank dir. Ja, gut, Rocket League und ich kenne uns auch schon ganz gut. Okay. Man kann South Park nicht wirklich mit Diablo oder Horizon vergleichen. Das glaube ich. Das glaube ich. Also ich habe, ich habe South Park mir aus dem Hintergedanken geholt, so ein bisschen Gelegenheitsspielmäßig, wenn man mal was Gechilltes zocken möchte. So, äh, aus dem Hintergedanken hatte ich mir das geholt. Ich glaube, definitiv die meiste Spielzeit habe ich in Diablo 2. Aber Diablo 2 habe ich auch zehn Jahre lang gespielt. Von daher, das ist auch keine kurz. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich darin habe. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen, aber es werden verflucht viele sein. Ich habe über 300 Stunden in Coloring Pixels, aber das habe ich durch. 4.500 Stunden in Dota 2. Hm. Ich bin da schon etwas neidisch auf Leute, die sich so auf ein Spiel einschießen können. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, so rückblickend, ähm, also ich habe unfassbar viel Zeit halt in Diablo 2 gesteckt. Ich weiß nicht, wie viel spielt man in zehn Jahren bei einem Spiel. Also wirklich, wenn man nur ein Spiel fast ausschließlich spielt. Ich habe keine Ahnung. Es werden mehrere Tausend sein. Wahrscheinlich zweistellige Tausender irgendwas. Ähm, das ist schon, das hatte schon was. Das war schon cool. Ich möchte es auch irgendwie nicht missen. Aber auf der anderen Seite, nachdem ich damit aufgehört habe und dann andere Spiele, also so Horizont ein bisschen erweitert habe, mehr Sachen gespielt habe und so weiter, ein bisschen die Vielfalt erweitert habe. Das ist schon geiler. Also so. Das ist schon geiler. WoW 9000. Und dann noch ein halbes Add-on. Ja, WoW hat, glaube ich, bei sehr vielen, sehr viel Zeit geschluckt, ne? 7000 Stunden in Idle Champions of the Forgotten Realms. I'm in real. Kannst du dem Soleil Tipps für seinen Mana Warrior in Diablo 2 geben? Hä, ich dachte, warte, hatte Soleil nicht Diablo 3 angefangen? Ich dachte, Soleil würde, würde, äh, Diablo 3 spielen. Gibt genug geile Spiele, die man mal gespielt haben soll. Definitiv. Absolut. Ich bin, äh, ein bisschen aufgeschmissen. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ich, ich, ich quatsch, ich finde es geil, mit euch zu quatschen und so. Aber ich dachte so, ich hätte auch mal so noch ein bisschen hier in dem Bereich vorwärts kommen und so. Aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Länger her, kam nicht weit mit Int of War. Ja, gut. Ja, gut. Das wundert mich dann nicht. Rätsel löst dieser. Ja, aber welches Rätsel? Ich weiß ja nicht mal mehr, wo ich lang muss. Verstehst du? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo das Rätsel ist, dass ich lösen muss. Wir haben diesen Turm gelöst. Wir haben das Wasser gereinigt auf der Seite. Wir müssen wahrscheinlich das komplette Wasser im Innenraum reinigen. Die Frage ist, wo kommt das andere schmutzige Wasser her? Ist das lautes Denken oder eine echte Frage? Das ist gerade noch lautes Denken, aber ihr dürft mir, ihr dürft, ihr dürft Tipps geben gerade. Ihr dürft Tipps geben gerade, weil ich weiß es wirklich nicht. Und Fritz Fischer, danke dir fürs Follower. Und Jelnora, schlaf schön, gute Nacht dir. Also Diablo 2 Mana Warrior, die Skillung, das sagt mir irgendwie nix, was das sein soll. Also ich hab in Diablo 2, das klingt unfassbar langweilig, ne? Aber ich hab die kompletten Jahre über fast ausschließlich eine Orbsorg gespielt, also eine Eiszauberin. Schau mal, wo du das weggesprengt hast. Da geht's vielleicht hoch. Warte. Aber da kamen wir doch von oben, da hatten wir doch das Wasser geklirrt. Und hatten das dann für den Rückweg gesprengt, oder nicht? Oder kann man bei dem Wasser noch woanders sein? Frost of the Awesome, ja, mega. Oh, da kann man klettern, okay, ja, ja. Ups. Das war schon wieder der Teleporter-Dude von eben. Und wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Ja, Javasone war auch, äh, die war auch ziemlich, ziemlich nice. Die hab ich selber nicht gespielt, aber es war immer geil, wenn man eine mit in der Party hat. Oder halt natürlich ein Hamadin. Diablo 3, äh, 2 war schon geil. Diablo 3 ist auch cool, kommt aber also vom Feeling her nicht so ganz raumfällig. Du weißt doch auch, Domi ist speziell. Ja, aber ich glaub, ich glaub, Domi will das auch ein bisschen selber entdecken und so, ne? Ich glaub, der mag da gar keine Zips groß haben und so. Und das ist ja auch okay. Also, als ich das zum ersten Mal gespielt hab, hab ich mir auch keine, keine Hilfen geholt oder Guides gepufft oder bin die Skillungen groß durchgegangen. Beim ersten Mal spielen geht's ja eigentlich erstmal nur ums Spiel erleben. Und wenn man dann danach so ein bisschen mehr tiefer einsteigen will, in die, in die verschiedenen Skillungen und Möglichkeiten, die es da gibt, da ist Diablo 3 ja zum Glück auch besser geworden. Das war ja am Anfang nicht so komplex. Aber inzwischen ist es mit den ganzen uralten Waffen und dem Moradrim-Cube und so ja um einiges besser geworden. Ähm. Da kann man ja inzwischen viel rausholen. Diablo 2 spielt sich auch heute noch super. Ich wollte da immer mal wieder reingucken. Ah, guck mal, da um brauchen wir ein Schlüsselchen. Ich wollte da auch immer mal wieder reingucken. Wahrscheinlich komm ich inzwischen schon gar nicht mehr hinterher. Also früher war es so, dass ich auch die ganzen Runenwörter auswendig kannte und so Geschichten. Das kann ich heute wahrscheinlich alles gar nicht mehr. Wahrscheinlich muss ich mich da selber erstmal wieder reinfinden. Ich hab's zwar zehn Jahre lang gespielt, aber ich hab's jetzt auch wieder keine Ahnung. Sechs Jahre nicht gespielt. Au. Verdorbener Champion. Du bist einer von denen, die wehtun, ne? Dann tun wir dir auch mal weh. Ja, da kommt noch einer. Fuck. Was? Ich glaube, ich möchte zurück zu der alten Rüstung. Ich glaube, ich möchte zurück zu der alten Rüstung. Das mit dem mit Crit-Schaden und Chance hat mir besser gefallen als mit dem Live-Leach. Live-Leach hatten wir auch vorher schon genug. Die Steuerung ist halt ein wenig klank. Ja gut, aber das ist bei einem Top-Down nicht so dramatisch. Da finde ich das nicht so dramatisch, wenn die Steuerung nicht so... Also vor allem ist es halt Maus und Tastatur, ne? Also da ist es nicht so dramatisch. Bei anderen Spielen ist es schlimmer, wenn die Steuerung hakelt. Da war er schon wieder. Was benutzt du heute für Fachbegriffe, Isap? Was denn? Was denn? So, lass uns mal kurz gucken. Was haben wir vorher getragen? Ah, jetzt muss ich überlegen, was wir vorher getragen haben. Wir hatten ein verwüster Schulterstück an mit Crit-Schaden auf jeden Fall. Aber welches? Oh, verdammt. Welches war es nur? 28, 27. Dieses war es, glaube ich. Hier war es... Müsstest du einfach verwüsterharnisch gewesen sein? Glaube ich. Ja. Mal bei, lass uns mal kurz gucken. Gefundenes Geld. Kritischer Magie-Schaden. Das furcht Kraft nochmal nach oben. Wobei, wobei, wobei. Crit-Schaden. Wahrscheinlich besser ist als gefundenes Gold. Wir haben so viel Gold, wir brauchen eh kein Gold mehr. Oh. So, und Stiefel müssten diese gewesen sein. Ja. Okay. Aber wieder ein bisschen mehr unsere Crit-Werte, ne? Moment. Äh. Da. Ja, sind wir bei Crit-Schaden. 427. Ne, 266. Das hier... Was? Chaosfang macht 200% Crit-Schaden? Uff. Schade, dass sie so schlecht... Schlechten Grundschaden hat. Oh. Schade. Traurig, traurig. Äh, warte mal. Da ist noch irgendwo eine Kiste. Irgendwo. Irgendwo. Äh, ja. Aber nicht auf dieser Etage. Irgendwo anders. Irgendwo weiter unten oder so. Mach das unseren. Wir machen auch nicht mehr lange. Sag ich schon die ganze Zeit, ich weiß. Ich suche aber noch so eine Stelle, wo wir ganz gut aussteigen können. Weil hier... Aussteigen ist gerade irgendwie schlecht. So mitten... Mitten im Rätsel-Part gedöhnt. Ah, guck mal. Hier ist nochmal so ein Leuchte-Bubble-Dings. Oh, das war... Upsi. Das war knapp. Ciao. Okay, da ist was zum Klettern. Aber bevor wir klettern, würde ich ganz gerne... Mh... Zur Sicherheit erstmal hier ein Portal platzieren. Weil, falls wir das andere da drüben auf der anderen Seite finden, müssen wir da nicht nochmal zurückrennen. Wir sagten, gute Nacht. Du hast gerade gesagt, du machst dir einen Tee und bist dann schlafen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh. Noch ist alles safe. Sehr schön. Okay. Hammer. Erstmal... Erstmal... Ach du Scheiße. Was können wir denn hier alles machen? 30.000 Hebelchen? Oh, sind die nervig. Kleine Mistfliege-Dinger. Nehmen wir mit. Es hat schon einen Schlaf. Schöne gute Nacht, ja. Okay, das öffnet dieses Gitter. Und da kommen wir wieder hier unten hin. Alles klar, jetzt haben wir einen Shortcut offen. Das schon mal nicht verkehrt. Ich öffne mal das. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Das sehen wir dann. Ah, da sind zwei gegenüberliegende Portale, die man hier mit runterdrehen kann. Das müsste ja dann wahrscheinlich hier das zweite aktivieren, ne? Ja. Okay. Die gehen aber instant wieder nach oben. Könnten wir natürlich durch das Splitten lösen. Und die Frage ist, was müssen wir dafür vorher machen? Ich probiere das mal gerade. Das wird... Nein, 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 nein. Nein, nein, du sollst da stehen bleiben. Schön festhalten. Okay, das hilft uns jetzt gerade irgendwie nicht. Es sei denn... Es sei denn... Wofür habe ich denn das jetzt gemacht? Jetzt habe ich da zwei Portale genau gegenüber. Bin mir aber noch nicht sicher, was ich damit soll. Wahrscheinlich. Wegen dem Spaß und der Freude ist... Stimmt. So, wenn wir das jetzt machen... Und dann müssten wir genau da das haben. Dann drehen wir mal dies hier. Fuck. Ich hätte es mit Schwung machen müssen. Ich hätte ein Wumms-Portal machen müssen. Kein normales. No. Generic User, schlaf schön. Gute Nacht dir. Also, nochmal von vorne. Ja. Ja. So. Loslassen. Wechseln. Boah, darfst du nicht durcheinander kommen, ne? Aufladen. Wumms. Damit haben wir Disway. Damit machen wir uns hier ein neues. Dann wechseln wir wieder die Gestalt. Dann fahren wir dieses hier runter. Dann wechseln wir wieder die Gestalt. Und hütteln durch. Bumm. Und legen diesen Hebel um. Und öffnen damit hoffentlich die Tür. Yes. Guck mal. Et je doch. Sehr schön. Boah, das ist ein nervigen, kleinen Kacke ist da. Äh, da. Dann halt so. Das war mir zu hoch. Oh, hier ist wieder Sif-Wasser. Das hier müssen wir irgendwo reinigen. Gucken wir gleich. Nein. 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 Gott sei Dank kommen wir nach dem Lösen des Rätsels wieder raus. So, Backwasser. Der Heiter kommt. Keine Gegner müssen schwimmen. Willst du bitte den anderen anwählen? Vorsichtig. Kann man eigentlich noch Heiltränke ein? Ah, das ist ein bisschen mau, ne? Ah. Da ist der Skelettschlüssel. Ich liebe die animierten Emots. Ich würde auch nicht mehr ohne leben wollen. Ich finde sie wundervoll. Ohne Gewubbel ist nur der halbe Spaß. Haben wir hier noch was zum Sprengen? Ich glaube gerade nicht. Da können wir durch. So, ist wieder der Anfang. Und wo ist jetzt diese Kiste? Da ist die Kiste. Komme ich von daraus auch wieder hoch? Wenn ich da jetzt runterspringe? Oh, werde ich gleich rausfinden. Ja, okay. Sehr gut. Jetzt bräuchte ich eigentlich das Portal unten, richtig? Scheiße. Jetzt bräuchte ich eigentlich das Portal unten. Oh, ist das eine Rennerei. So, da haben wir Portal Nummer 1. Und das goldene Dingsi war... Ähm... Ja, war... Ähm... Da irgendwo, ne? Nicht? War das nicht hier? Ah doch, hier. Ja. Ja. So, da können wir uns langhangeln. Darüber... Oh, da ist eine Kiste. Ist da auch noch was zum Sammeln auf dem Zwischenstück? Aber nicht. Ich habe ehrlich gesagt schon vor gefühlten Jahrzehnten den Überblick verloren. Ja, man darf halt nur nicht... Zwischendrin hier eine Pause machen. Dann wird's gefährlich. Wenn man Pause macht, dann... Ist vorbei. Hier sollte theoretisch auch Wasser fließen, richtig? Hm. Da ist er wieder. Eine kleine Teleport-Dämon. Nicht wundern, das ist Absicht. Ich will einmal kurz gucken, ob man auf der anderen Seite auch noch lang kann. Okay. Oh, ich mag den Soundtrack hier. Der Soundtrack ist hier in der Gegend voll gut. Ja, das muss so, Tressa. Das muss so. Oh, jetzt haben wir hier alles gereinigt? Ah, nicht ganz, ne? In der Mitte suppt es immer noch schmutzig. Ja. Oh. Sauber. Na, komm her. Komm schon. Oh, wieso kann ich ihn denn nicht anwählen? Dann halt so. Das war der Bereich, den wir schon fertig hatten. Naja. Da läuft schon klares Wasser. Hier waren wir durch. Ich weiß auch nicht genau, was wir hier machen. Oh, man, oh, hi. Ah, guck mal, da waren Sammelreiter noch versteckt. Jetzt verliere ich auch langsam die Orientierung, wo wir hier jetzt hin müssen, lang sollen, weggelotst werden. Naja, mit der Waffe, also mit der Pistole funktioniert es ja auch ganz gut, also, ey. So, da müssen wir doch jetzt bestimmt... Oh. Ja, das war der falsche Skill. Ich wollte den hier wählen. Upsi. Äh, Schwung, kein Schwung, Schwung, kein Schwung. Ich glaube, kein Schwung. Sonst katapultieren wir uns da in den Abrund. Und durch und hopp. Sehr schön. Okay, und nun? Und nun? Da kann man klettern. Oh, lol, ist das dein Ernst? War das genug Schwung? Hat das hier jetzt auch Schwung? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier auch Schwung hat. Wir werden sehen. Oh, Gott. Nicht hoch. Seitlich. Nicht hoch. Fuck. Nein! Wie gern seht das? Schlaft schön. Gute Nacht euch. Äh, was? Was war das denn? Jetzt, warum macht er denn dein Wurzelbäubchen? Warte mal. Nochmal mit Schwung? Jetzt ist es definitiv eins mit Schwung. Und jetzt schräg und laufen. Yes! Und weiter! Yes! Und weiter! Wupp, wupp! Sehr schön. Es geht doch. Und jetzt? Es ist... Es ist ein bisschen frickelig an der Stelle, ne? Wandlang. Und dann darunter. Kann das? Aber dann ohne Schwung, oder? Also mit Schwung katapultieren wir uns da auch wieder ins Niemandsland. Oh, fluck, fluck. Ja, tun wir. Also so schon mal nicht. Oder brauchen wir da doch Schwung? Weil da drüben irgendwas anderes ist, wo wir landen können, was wir von hier aus nicht sehen. Wäre das möglich? Probieren wir mal. Okay. 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 Oh, das wird doch ein Bosskampf. Und wir haben keinen Heiltrank gedroppt, den wir irgendwie nicht eingesammelt haben. Der irgendwie nicht mehr da ist. Oh, Safecore wird das im Bossfight. Hallo! Ah, das ist unser Teleport-Blut. Wow. Warum treffe ich den nicht? Kannst du den mal... Äh, das sind mehrere. Das ist nicht nur eine. Äh. Das sind mehrere. Ah, dammit. Oh, die tun aber gut weh, wenn sie einen erwischen, ne? Oh, ich bin gleich down. Ich bin gleich down. Ich hab gleich ein Problem. Da ist der Trank von eben. Der ist durch die Wand geglitscht. Knappe Söschen war das. Ja, das kommt schon mal vor. Das kommt schon mal vor. Aber das hat ja noch gefluckt. So. Von hier kamen wir, ne? Und dann sollten wir vielleicht auf der anderen Seite rausgehen. Ah, das sieht besser aus. Weil Viadwin, viel Spaß im Lacken. Oh. Hätte mich auch gewundert, wenn hier kein Sammel-Item wäre. So, hier haben wir also die goldene Kugel mit dem passenden Portal dazu. Und die zweite goldene Kugel haben wir wo? Wissen wir noch nicht. Erst mal gucken, was hier passiert. Da ist sie. Und wenn ich loslasse, geht es natürlich wieder zu. Denn alles andere wäre ja auch zu einfach. Alles andere wäre ja auch viel zu einfach. Hier unten ist nichts. Nee, dran. Kann ich den hier dazwischen schieben, damit das hier zu bleibt? Äh, aufbleibt so rum. Floppt das? Nein. Das ist nicht die Lösung. La was das. Ich bin der Mensch. Da höfst mir auf. Nein. So, ne? Ne, ne, schon oben bleiben, das ist schon richtig so. So, damit hätten wir uns selber schon mal da. Und... So, damit hätten wir uns selber schon mal da. So, damit wir uns selber weiterhilfen. Hm. So, haben wir zumindest dies hier offen, können hier ungehindert durch. Da haben wir was zum in die Luft jagen. So, das ist schon gut. So, das ist schon mal da. man hier ändern kann, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, worauf das hinauslaufen soll. Noch nicht so ganz sicher. Ich muss auch echt gleich Feierabend machen. Ich bin langsam, langsam schon ein bisschen durch. Aber inwiefern hilft mir das hier weiter? Ja, warte, wo war denn das jetzt? Da. Feierabend? Ja, gleich. Ja, gleich. Es ist halt eine echt blöde Stelle, um... Fuck. Es ist halt echt eine blöde Stelle, um Feierabend zu machen, weil es mitten in so einem Rätselgedöns drin ist. Aber ich bin langsam echt, echt müde. Hmm. Huh. Aber das hilft uns auch nicht, oder? Oh, doch. Das hilft uns. Also. Also so fast. Also. Theoretisch. Könnte uns das... Ja, helfen. Mag eine blöde Stelle sein, aber es ist eine gute Zeit. Ja, ich weiß. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Aber nein, wir machen hierfür heute Feierabend. Wir machen tatsächlich hierfür heute Feierabend. Weil ich merke, dass... Kennt ihr das, wenn ihr so müde seid und ihr merkt, wie die Augen immer kleiner werden? So. Ja, schlafen wir jetzt schon schön. So ist es gerade. Schon? Wir haben ein Uhr. Wir haben schon ein Uhr. Wir machen schon... Wir machen es noch eine Kiste.